Joschi ist schon ganz aufgeregt. Sein Herrchen, tagsüber berufstätig, holt ihn pünktlich ab. Jeden Tag von 8 Uhr morgens bis spät Nachmittag muss Joschi in die Hunde-Tagesstätte. Alleine zu Hause lassen ist immer schwierig, weil ich meine, man hat auch Achtung. Für die ist das nicht so schön und für die ist das halt auch nicht schön. Jennifer Jung ist die Huta-Besitzerin. Mittlerweile brummt das Geschäft. Bis zu 50 Hunde sind tagsüber bei ihr in der Hunde-Tagesstätte. Die meisten ihrer Kunden sind Berufstätige, die dann den ganzen oder halben Tag ihre Lieblinge abgeben. Auf einem Areal fünf Fußballfelder groß werden die Hunde bespaßt und betreut, während sich Herrchen im Büro abmüht. Wir haben natürlich auch die typische Mutter. Die bringt ihre zwei Kinder morgens in den Kindergarten. Dann ist natürlich perfekte Familienbild. Der Hund, der gehört natürlich auch noch dazu. Der kommt dann morgens hier hin und gegen Mittag geht es dann alles rückwärts. Erst der Hund und dann die Kinder. Ein Trend, den auch Tierschützer zunehmend beobachten. Viele Hundebesitzer wissen tagsüber nicht, wohin mit ihrem Tier, wollen gleichzeitig aber auch nicht auf den Hund verzichten. Man kann dann in Ruhe arbeiten gehen. Man weiß, die Tiere sind versorgt. Die hauern sich hier aus. Wozu brauchen wir eine Huta? Das darf man sich natürlich sehr wohl fragen. Es gibt immer mehr Hunde. Viele Hunde ersetzen die Kinder auch zu Hause. Deswegen kann, ich denke mal, jede Huta hat einen wahnsinnigen Zulauf, wenn sie es richtig machen. Starke Nerven, das braucht Jennifer Jung bei ihrem Job. Hundetraining, Hundepsychologie ist gefragt. 20 Euro am Tag oder knapp 300 im Monat nimmt die Rudelführerin für ihre Dienste. Ähnlich wie im Kindergarten sind Plätze rar und Wartelisten lang. Wer einen hat, gibt ihn so schnell nicht mehr her. Egal ob Sekretärin, Handwerker oder Führungskraft. Ich erkläre dann immer, statt Kita gibt es bei mir eine Huta. Weil mein Baby geht eben in die Huta statt in die Kita. Und dann ist das Gelächter meistens groß. Wie in der Kita auch gibt es natürlich Frühstück und Mittagessen für die Hunde. Die Besitzer lassen Jennifer Jung morgens immer ihre individuellen Leckerchen da. Das wird meistens dann so angeliefert von den Besitzern. Und da ist dann das Pausenbrot drin, das Mittagessen für die Hunde. Beheizte und isolierte Holzhütten gibt es ebenfalls in der Huta für den kalten Winter. Das ist vielen Hundebesitzern wichtig. Und ein regensicheres Zelt fürs gepflegte Rumhängen. Hunde sind genau wie wir Menschen. Die einen lieben den Regen und die anderen hassen ihn. Und das können die auch frei entscheiden, ob die dann mit uns rein möchten oder nicht. Und ihr? Ja, ach wir zwei, wir werden mal heiraten. Um 18 Uhr endet für die meisten Hunde ihr Huta-Tag. Ausgepowert für viele Hundebesitzer zählt aber nur eins. Hauptsache ihre Lieblinge sind tagsüber nicht allein. Ich bin fast so ein paar Shakespeare. Aber es kann auch immer wieder sein. Das ist ja auch dein Mensch. Vielen Dank.